Ich mach immer den gleichen Fehler, kann das sein? Okay. Puh. Wow, 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 wow. Der scheiß Helikopter. Da ist bestimmt noch Platz für mich. Wenn er Globox wegkriegt, dann kriegt er auch noch mich weg. Okay. Samas. Zu Ende? Was? Oh, come on. Oh, come on. Ich wollte gegen Hutlungs kämpfen. Und mit Dosen und so. Kein komisches... Keine Ahnung Dingen zu spielen. Okay, jetzt geht es weiter. Das muss ich jetzt gleich schaffen. Ey, 88 Prozent, das ist doch was. Neues Bonuslevel freigeschaltet. Neuer Bonuslevel freigeschaltet. Ich bin meine Aussprache. Das sieht doch schon mal sehr interessant aus. Hallo. Achter. Ey, wer hat die schöne Musik ausgemacht? Ich habe nichts kaputt gemacht. Musik, wo bist du? Schnauze, verdäum ich hier raus. Ich habe Durst. Ey, der Kleiner hat ganz schön Kraft, der André. Oh, Raven, ich brauche dringend ärztliche Hilfe. Oh, bitte hör auf zu nerven. Wir müssen den Wald doch da niemand erreichen. Meine Rüstungslehren euch aufhalten. Wie kommen die denn her? Excellent. Ich bin tight. So richtig tight. Hat hier nicht gerade jemand Hilfe geschrien? Ach, man muss bestimmt wieder so eine kleine Viecher befreien, wie in den anderen Teilen. Stimmt. Dann werden wir das mal machen. Wenn ich wüsste, wie. Okay, hier kommen wir nicht lang. Dann brauchen wir erstmal wieder eine Dose. Eine schöne Bohnendose. Hm. Ah, hier gibt es halt weiter. Äh. Die Laserstrahlen sehen nicht gesund aus. Spider-Ray-Man, Spider-Ray-Man. Oh, die Hotloops haben alle Gleitlinge eingesperrt. Das ist aber nicht nett. Natürlich ist das nicht nett. Und was soll man machen? Mach das. Mach mal, was ich den Hotloops weggenommen habe. Vielen Dank. Da ist ja ein, da ist die Fliege einmal weg und schon fängt an, Glowbox zu nerven. Ich habe wieder was gehört. Ich bin auch nicht mal kampfbereit. Ach, da sind welche. Ich gucke mich immer erstmal ein bisschen um. Geh auf, du Pissatür. Hallo? Hallo? Scheiße. Okay, und hier kommt man auch nicht weiter. Dann würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal geradeaus weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Ah. Und ich gucke mich immer erst zuerst immer um. Das ist doch... Demnitsch. Aua. Aua. Mann, Mann, Mann. Uh. Uh. Tadadadadam. Ich muss los, die Naturruf. Raymond, mach dich nicht lächerlich mit deiner Verkleidung. Dann erkennt dich auf 100km. Geil. Und ich, genau, die Schweine konnte man dann sofort kaputt machen. 1180 Kombo. Ja, wer ist jetzt halt? So. Ach je, die Zeit geht aber schnell um. Aber cool, dass man schon die Dosen so früh bekommen hat. Ich hatte das in Erinnerung, dass das... Nein, nein, nein! Oh, scheiße. Dass man die immer erst etwas später bekommen hat. Gib's hier zu trinken oder ich zapfe seine Adern an! Raymond, unternimm etwas! Okay, ich kann seine Angst verstehen. Aber trotzdem muss er nicht rummeckern. Okay, Musik ändert sich. Dramatischer Aufbau. Okay. Okay. Yeah. Ich versuche immer dennoch die Münzen mit... ...die Diamanten mit einzusammeln, damit die Kombo erhalten bleibt. Was ist leider nicht so leicht... ...nicht so schwer, wollte ich gerade sagen. So. Was war das denn? Oha! Excellent! Nein? War doch excellent. Hallo. So. Wo müssen wir denn lang? Ich steck mal hier hoch. Ich seh' Pflaumensaft. Hallo, Bob. Mach schon oder ich reiß' dir das Herz raus! Lauf! Ach, ich liebe es mehr, mehr! Oh nein. Oh oh. Ach, ich liebe es mehr, mehr! Ich muss dieses Ländchen wirklich die Springtaste drücken, die Schießtaste drücken. Ach, oder! Ja je. Hier kommen dann die Piranhas ja vor allem den Wasserfall hoch, ja? Das ist doch ein Wasserfall. Bitte. Kein Ding. Wie viele Punkte gibt's diesmal? Ah, 73. Ich gewöhne mich doch. Was nur 3 Sterne? 73? Weiter geht's. Oh, ist das eklig. Nein, wir sind gleich da. So, ich seh' schon den ersten Hoodlum da hinten. Aber das, die von der Geschichte her ist, ist eigentlich immer das gleiche. Irgendein Bösewicht verdirbt die Hoodlums und wir müssen sie denn wieder befreien. Ja. Okay, das ist jetzt wieder Pflaumensaft für den lieben Blowbox. Und wir werden uns hier um die Typen kümmern. Ist da noch jemand? Ich höre doch noch was. Teachers haben die ausseiten, sowas, was denソen ergeben hat. Okay. Irgendwann, was? restlichen Diamanten. Und ich hab da hinten wieder so ein komisches Stufen-Gedreh-Dingens gesehen. Was mir auch für Nomel einfallen. Wunderschön. Ich müsste irgendwo nur ne rote Dose geben. Ich seh hier überall noch diese Aua. Oh, er ist da Kmini geworden. Ist ja süß. Oh, das war ja putzig. Ich auch noch ein bisschen Gesundheit. Dann werde ich erstmal die rote Dose mich schnappen. Aber, wir sind ja nicht doof. Dahinten war ja noch ne andere Holztür. Auch nicht Globox. Das wird den Mist. Du weißt doch genau, dass du da nicht A machen kannst. Selbst Glutenvögel können das nicht. Mayday, Mayday. Unbekanntes Flugobjekt aus einer Fern... Alter, nee. Warum? Mann. Das geht doch nicht. Globox hat den Mund. Oh, die Zeit. Ich Zeit. Ich Zeit. Ich Zeit. Ich Zeit. Ich Zeit. Ich Zeit. Ja. Und genau das habe ich gemeint. Manchmal ist das einfach nur echt knapp mit der Dose. Oh, nice. So, da hinten waren auch noch ein paar Schweinchen. Werden wir die auch mal aufknacken? Super. Und weiter geht's. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, welcher Anzug euch bis jetzt am besten gefällt. Oder nach einer Weile. Bis wir dann soweit sind. Ach ja je. War hinter uns noch was? Ne, sieht nicht so aus. Doch ein paar Diamanten, aber egal. Sofern hart bin ich nun auch wieder nicht. So. Ah, ich seh nichts. Toll, jetzt bin ich hier unten. Weiter. Okay, gibst du eine Leiter und dann ist noch ein Sparschwein. So. Hoch mit dir. Warum ich da mit Helikopter rüber? Ich hab ja jetzt die ganze Zeit nachgedacht, wie ich da am besten rüberkomme. Helikopter. Hm. Ach so. Na klar. Und das war Nummer 4. Und was bekomme ich? Was bekomme ich? Ich muss noch meinen Bogot aufessen. Ah, ne neue Dose, ey. Nice. Ach, das ist ja schön. Tarzan. Scheiße. Haha. Haha. Ah. Nein! Komm, 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 komm! Was ist das denn? Vielleicht war das ein Speicherpunkt, aber warum sollte der so gut versteckt sein? Oh, ich hab keinen Bock da unten das Sparschwein zu holen. Tut mir leid, Freunde. Das könnt ihr ja machen. Mayday, Mayday! Unbekanntes Flugobjekt aus einer fernen Galaxie! Identifizieren sie dich! Ah, da bist du ja. Halt die Klappe. Hast du noch nicht gesehen? Boah! Komm her! Hallo, Mistler! Und das war die Nummer 5! Ich muss los, toll tacklen! Oh, jetzt gibts auf die Fresse! Jetzt gibts auf die Fresse! Kommt her!